Guten Tag, hier meine heutige Schlagzeile. Know or go wird Otto Kerns Witwe Prinzessin. Otto Kerns 42-jährige Witwe Naomi Valeska Kern kommt wieder unter die Haube. Die vierte und letzte Ehefrau des Modeunternehmers, der 2017 vom Balkon seiner Wohnung in Monaco in den Tod stürzte, will Prinzessin werden. In ihrem Fall ist das nicht so einfach. Wirbel im europäischen Hochadel. Naomis Auserwählter ist der 50-jährige Prinz Charles Philipp von Orléans, dem sie Anfang September ihr Ja-Wort geben möchte. Der Titel Prinzessin ist der Traum jeder Frau. Ob sie das durch diese Ehe so ohne weiteres wird, steht vorerst noch in den Sternen. Kirche und Hausrecht stehen im Wege. In einem französischen Gesellschaftsmagazin wurde die 42-Jährige bereits als königliche Hoheit Prinzessin Naomi Valeska von Orléans, Herzogin von Anjou, gepriesen. Etwas vorschnell. Prinz Jean Graf von Paris, Oberhaupt des Orléans-Clans, hat neben der Kirche nämlich das letzte Wort, der Ehen innerhalb des Königshauses. Er erklärte die Schwierigkeiten des Themas, königliche Titel, dem betroffenen Kreis. Obwohl sein Cousin Charles Philipp sich nach 14 Jahren Ehe von Diana Alvarez Pereira de Melo Herzogin von Kadavall scheiden ließ, mit der er Tochter Isabel hat, bleibt er religiös mit ihr verheiratet. Rom erkennt die Scheidung nicht an. Nach den Regeln des Königshauses, das sich den katholischen Kirchengesetzen beugt, wird eine Wiederverheiratung von Charles Philipp, Sohn von Prinz Michel und Prinzessin Beatrice, wohl dynastisch nicht anerkannt. Die bevorstehende Heirat hat seinen Preis, der gesellschaftlich hoch angesehen wird. Somit wird der Hochzeiter auf die Anrede königliche Hoheit verzichten müssen, kann aber die Anrede Herzog von Anjou weiterführen. Beim Titel für die künftige Ehefrau greifen die Hausregeln. Den familiären Status entscheidet der Graf von Paris. Und zum Papst muss der Orléans-Edelmann Charles Philipp einen besonders guten Draht haben.